vergessen vergessen mission auszuwählen das front hier oder er kann ziehen was als scheiß drauf müssen das sowieso alles abschließen welche reihenfolge wie das machen so was ja komm mal hier im wohnwagen können wir können sogar mit den fahrern dafür ist auch viel zu langsam bock mit ihnen zu fahren ja ich weiß ich verstehe auch nicht warum wir den ganzen weg jetzt wieder zu warum das so weit entfernt ist nice perfekt sehr schön jetzt sind wir hängen geblieben im wahrsten seite des wortes sehr schön sebastian ich freu auf der gegen gegenverkehr in gegenverkehr ist doch egal war das ein bug oder ich war mal kurz zurück ist das warum leuchtet das hier so gut ich habe nichts gesagt also ist alles gut wir fahren weiter weg da weg da weg da ja Das war's. Wir haben es gleich geschafft. Der Hektar. Der Hektar. Zu weit gefahren. Der Hektar. Der Hektar. es ist nicht hätte das auch nicht einfach und es ist nicht einfach unterwegs auch sagen können. Willst du, also willst du uns jetzt voll komplett, also ich, also jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurückfahren, ja? Ich will den Wogen weg, da. Okay, ich sprich mit der Kuh, mit deiner Kuh. Nimm dir deinen Anteil. Okay. Und jetzt? Entschuldigung, die Kops, okay. Kriegen wir hin. Da kommen die mit Knöppel angerannt, hier. Ich kann nicht zählen, ne? Wie die da einfach angefahren kommen. Das ist krass. Weißt du was? Wir haben keine Fähigkeiten vorhanden. Oh krass, alle auf einem Polizistenruf. Okay. Okay. Ja. Okay, okay, okay. Nein, ich will ja. Ja, sehr schön. Ja, jetzt, jawoll. Okay. Okay. Es geht los. Boom. Boom. Nice. Lol, ich kann FF2 gedrückt halten. Möchte ich mal nachladen. 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 Möchte ich mal nachladen.